Heute gab es ein Star Citizen live mit dem Thema Asteroidenbasen und Contested Zones in Alpha 4.0. Da war das Frankfurter Entwicklerteam von CIG zu Besuch bei Jared Huckabee, beziehungsweise die haben sich in einem, im Rahmen einer Videokonferenz getroffen. Mit Alpha 4.0 werden wir auch Asteroidenbasen bekommen, die als Bunker 2.0 bezeichnet werden von den Entwicklern. Diese Basen bieten eine kompaktere und intensivere Spielerfahrung im Vergleich zu den bisherigen Bunkern. Sie sind in drei Kategorien unterteilt, begegnungsbasierte, erkundungsbasierte und kampfbasierte Basen, die direkt mit den neuen Contested Zones verbunden sind. Also Contested Zones heißt übersetzt etwa umkämpfte Zonen. Jede dieser Kategorien spricht unterschiedliche Spielertypen an und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die von missionsbasierten Begegnungen, über Erkundungen und Rätsellösungen, oder Lösungen besser gesagt, bis hin zu intensiven Kampfhandlungen reichen. Diese Basen werden immer von NPCs bevölkert sein, selbst wenn keine aktive Mission läuft, was bedeutet, dass Spieler jederzeit konfrontiert werden können. Das macht die Asteroidenbasen zu dynamischen Hotspots, für spannende Erkundungen und Kämpfe, sowohl im PvP als auch im PvE. Die Contested Zones, die in den Pyro-Weltraumstationen angesiedelt sind, bieten ein einzigartiges PvP-Ve-Erlebnis, erzählen uns die Entwickler. Diese Zonen sind so gestaltet, dass Spieler unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich dem Kampf zu stellen oder eben auch zu entziehen, um so Engpässe oder das berüchtigte Camping zu vermeiden. Mit mehreren Eingangs- und Ausgangspunkten, darunter Seitenaufzüge, Außenzugänge, können Spieler die Zone auf vielfältige Weise betreten und verlassen. Trotz dieser Bemühungen räumt das Entwicklerteam ein, dass in PvP-Szenarien einige Engpässe unvermeidlich sind, was aber dann andererseits auch den Nervenkitzel in diesen Zonen erhöhen dürfte. Die Contested Zones sind für Gruppen von vier bis fünf Spielern ausgelegt, man kann sie aber auch in Gruppen bis zu 40 Personen spielen. Die Schwierigkeit skaliert tatsächlich bis zu einem gewissen Grad mit der Gruppengröße als auch mit der Level-Tiefe, in die die Spieler vordringen und wird durch das Verhalten der KI-Gegner weiter beeinflusst, was Solo-Spieler insgesamt in diesem Zusammenhang vor eher eine doch harte Herausforderung stellt. Die Entwickler betonen, Star Citizen ist ein MMO und dafür ausgelegt, mit mehreren Spielern ins Worst zu gehen. Wobei sie nicht ausschließen, dass diese Contested Zones auch von Einzelpersonen, von Professionals entsprechend, bespielt werden können. Um die Spannung in den Contested Zones weiter zu erhöhen, haben die Entwickler eine Vielzahl von Fallen und Gefahren implementiert. Aktuelle Beispiele sind Sprengfallen, explosive Kanister und Gefahrenbereiche wie Strahlung oder Feuer. In Zukunft könnten sogar Mimikfallen, zum Beispiel explodierende Itemboxen oder Alien-Kreaturen, hinzugefügt werden, die das Gameplay noch unvorhersehbarer und spannender gestalten sollen. Ein zentrales Element der neuen Asteroiden-Basen und Contested Zones sind die Belohnungen, ergo Loot. Spieler können hier exklusive Gegenstände erlangen, die in den regulären Shops in Ständen oder Pyro nicht erhältlich sind. Diese Belohnungen sind darauf ausgelegt, den Fortschritt und die Mühen der Spieler wiederzuspiegeln und reichen von einzigartigen Schiffskomponenten bis hin zu wertvollen Ressourcen, die in speziellen Belohnungsräumen oder als Grand Prizes nach Besiegen eines Bossgegners zu finden sind. Die Entwickler gaben auch Hinweise auf zukünftige Inhalte und Features ein. Teaser war hier die Erwähnung der Ghost Arena, über die jedoch keine weiteren Details verraten wurden. Außerdem wurde angedeutet, dass die Weiterentwicklung der Asteroiden-Basen und Contested Zones kontinuierlich vorangetrieben wird, um neue Gameplay-Elemente und Herausforderungen zu integrieren. Hier sprechen sie auch zum Beispiel von Copians, die ein natürlicher Bestandteil der Asteroiden-Basen sein sollen und auch eine domestizierte Art wird es geben, die die Entwickler dann den KI-NPCs an die Hand geben und das wird dann auch die erste Iteration sein des Haustier-Gameplays. Das heißt, wir könnten uns dann oder sie könnten sich vorstellen, dass wir als Spieler dann auch mit Copians als Haustier später mal durch die Gegend laufen und sie als Kampfhunde zum Beispiel nutzen können. Natürlich genauso wie die KI-NPCs, die die dann in Kampfhandlungen auf uns hetzen können. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Entwicklung hin zu einer hybriden Level-Design-Strategie, bei der prozedurale und handgefertigte Elemente kombiniert werden, um einzigartige und fesselnde Spielerfahrungen zu schaffen. Diese Mischung soll es den Entwicklern ermöglichen, das Gameplay besser zu steuern und gleichzeitig eine große Vielfalt an Umgebungen und Herausforderungen zu bieten. Ja, soweit der Überblick zum Star Citizen Live. Die kommenden Asteroiden-Basen und Contested Zones in Star Citizen versprechen eine spannende Erweiterung des Spiels. Ich bin neugierig, die eben natürlich für Gruppen, für MMO-Gruppen ausgelegt sind. Die Entwickler sind ja inspiriert von, das sind ja alles auch Gamer, von MMO-Dungeons, von den MMORPG-Erfahrungen entsprechend, aber möchten natürlich auch die Solospieler abholen. Sie möchten ihre Level-Design-Philosophie sowohl an PvP als auch an PvE richten. Ich persönlich finde das extrem schwierig, diese eierlegende Wollmilchsau flug- und schwimmtauglich als Grundsatz einer Design-Philosophie implementieren zu wollen. Meines Erachtens kann das eigentlich nicht gut gehen und im Grunde genommen weiß ich manchmal auch nicht, ob sie gewisse Dinge erzählen, um allen gerecht zu werden, Aufschrei zu verhindern, den nächsten Shitstorm vielleicht zu entgehen. Denn letzten Endes wird Star Citizen immer eine Sandbox sein, immer als MMO, also als Multiplayer-Erfahrung designt sein, während eben das kommende Squadron 42 das Spiel ist für die Solo-PVE-Spieler. Ja, insgesamt bietet Alpha 4.0 mit einer Mischung aus, ja, Kämpfen natürlich wieder, aber auch diesem Thema Fallen, Loot, Bosskämpfen, so Dungeon-ähnlichen, diesen Contested Zones, was dann ja eher, wie gesagt, so an diese alten Dungeon-Crawler-Zeiten erinnern soll. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist, aber grundsätzlich sind die Entwickler sehr bemüht, uns da eine neue Sandbox zu bieten. Und ja, wie gesagt, ich hatte das in meinem letzten Video ja schon gesagt, ich bin nicht gehypt, sondern neugierig, interessiert und bin mal gespannt. Ich wiederhole mich da an der Stelle, ob die KI-NPCs im Rahmen der Einführung des Server-Mashings, was ja dann die Grundlage ist für Alpha 4.0, ohne Server-Mashing können Alpha 4.0, ob die dann wirklich auch vernünftig agieren und eine gewisse Art, also dieser Begrifflichkeit von KI, also künstlicher Intelligenz, im Moment ist es ja eher künstliche Dummheit oder künstliches auf Stühlen rumstehen, also ob sie dem dann wirklich gerecht werden, ob sie das Spiel bereichern und ja, dass sie auch, wir hatten gerade die Diskussion, man mag ja über Starfield erzählen, was man will, aber die Landezonen, die sind halt schön mit Leben bereichert, bevölkert, es fühlt sich lebendig an. Das haben wir eben im Moment nicht, aufgrund der Server-Elementierung und auch hier reden wir also nicht nur über Kämpfe, sondern eben auch über den sozialen Aspekt. Insgesamt bin ich eben sehr gespannt mit Alpha 4.0, ob die KI-NPCs in jedweder Richtung sich dann auch endlich mal anfangen, vernünftig zu verhalten und das Wörs auch dahingehend mit Leben zu führen. Also es gibt viele, viele, viele Themen. Ich bin super mordsgespannt und ja, soviel zum Star Citizen Live. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo, wenn ihr noch nicht habt und einen Kommentar für den Algorithmus da, wenn ihr mich unterstützen wollt auf paypal.me slash astro-sam-tv freue ich mich oder alternativ auf kofi.com. Dann ein schönes Wochenende auf diesem Wege und bis zum nächsten Video. Tschüss, sagt euer Astro. Tschüss, sagt euer Astro.